In diesem Jahr wird die 61. badische Weinkönigin, so wie ihr beiden Bezessungen, gewählt. Und ich hoffe, dass das Wahlbremium, das heute am schönen Vormittag aus bereits acht Kandidatinnen hier, Streitkandidatinnen, gewählt hat, und in diesem Schluss, in dieser Schlusswahl, keine drei Wahlgänge benötigt, um auf die badische Weinkönigin 2010 hier zu einfliegen. Vielleicht hat es die Wahl des Bundeskandidaten Gerhard Riecht Klappelberg. Er muss eine Stichwahn machen zwischen den beiden Damen, Marion und Becker. Die 61. badische Weinkönigin für die Amtszeit 2010-2011 heißt Marion Meier. Die Nummer 1, die Weinkönigin. Herzlichen Glückwunsch, da mein Auto was Ihnen heute bereichen wird. Bitte schön. Ich erwarte einfach, dass es ein erlebnisreiches Jahr gibt, das rasen wird wie im Flug, dass ich viele Bekanntschaften machen werde und viele Menschen vom badischen Wein überzeugen kann.